hallo ihr menschen da draußen bevor ich mich an die arbeit setzte habe ich mir gedacht vertone ich doch noch ganz schnell dieses video material hier und zwar handelt es sich wieder um eine sehr kleine illustration mit aquarell und tusche wer hätte das gedacht und zwar geht es um einen neun dreieugigen charakter von mir der eventuell vielleicht irgendwann noch mal auftauchen wird sogar hoffentlich vielleicht bald und ja klein in dem sinne dass es wieder so eine postkarten große angelegenheit geworden ist und kurz in dem sinne dass mein video material glaube ich anderthalb stunden beträgt mehr als zwei sind es auf jeden fall nicht gewesen obwohl es ein bisschen friemel arbeit war und ja wie ihr wahrscheinlich jetzt schon sehe ich meine zuerst die skizze die skizze hatte ich so dass ich meine skizzen buch hat sie dann auf papier übertragen dann die kamera eingeschaltet dann wieder mit einem rotring tusche liner gelangt so ein bisschen unordentlich wollte ich das und keine schraffuren war so das ding dass es ein bisschen schlichter aussieht und bei ihr habe ich versucht ein bisschen dickere lines zu machen und beim hintergrund dann halt nur normale lines und ja bevor ich es koloriert habe hatte ich auch noch gar keine ahnung welche farben das haben soll ich wollte einfach nur so ein bisschen grün türkis töne für den hintergrund haben für diese ganzen pilzchen und hatte überlegt ob ihr rote haare stehen würden und mehr hatte ich nicht überlegt ansonsten hatte ich das charakter design halt nur in schwarz weiß und in line art vorliegen und ja habt dann erstmal tausend verschiedene pilzchen in den hintergrund gezeichnet verschiedene größen verschiedene formen verschiedene alles und ja dann bei der koloration habe ich dann auch relativ einfach gemacht das ist alles nur eine schicht ich glaube den haaren habe ich noch mal drüber gezeichnet weil die mir ein bisschen zu blass waren bei der ersten schicht und ich habe ja an dem pony habe ich einen kleinen schatten noch einmal drüber gemacht in einer weiteren schicht aber das war es dann normalerweise mache ich mit aquarell immer gern 1000 3 millionen schichten und arbeite stundenlang an ein bild was dann mega unnötig ist aber hier war mir das wichtig dass das schlicht gehalten ist um das zu simulieren was vielleicht später wie gesagt in einem größeren projekt der fall sein könnte und ja diese dame gehört zu einem haufen an charakteren die ich in der letzten zeit skizziert habe für eine kleine story die ich super gerne zeichnen würde aber ich weiß dass bis ende dieses semesters wird es auf jeden fall noch nicht geschehen vielleicht werde ich zwischendurch anfangen wenn ich etwas zeit habe aber bis märz wird auf jeden fall nicht viel passieren ja weil derzeit bin ich gut beschäftigt damit meine uni sachen und ich muss ein portfolio machen bzw mein portfolio aufbessern weil ich ein praktikum suche und ich komme langsam so an den punkt wo ich unglaublich erfreut darüber bin wenn mir jemand zurückschreibt oder irgendwie 80 prozent 90 prozent meine anfragen einfach niemals beantwortet werden und das ist so motivierend das könnt ihr euch nicht vorstellen also wahrscheinlich könnt ihr euch schon vorstellen ja und das ist gerade so bei mir das hauptproblem und ich habe mir einfach die erste woche vom neuen jahr habe ich mir gesagt mache ich gar nichts außer das worauf ich bock habe und dann habe ich ganz viele kleine experimente gemacht mit landschaften und öl habe ich wieder mal an die hände genommen und dann halt diese lady hier zwar so alles sehr entspannt und ich habe auch was gezockt und jetzt ist so ja ist die woche wieder gestartet und ich wieder auf praktikums suche und am schreiben und am portfolio arbeiten und das andere projekt was permanent nebenbei läuft und nur über patreon gezeigt werden darf ja es ist viel aber momentan wenn ich genug schlaf bekomme ist es auch nur positiver stress bis auf das praktikum naja okay ich hoffe ihr seid gut ins neue jahr gekommen und macht das beste draus und beginnt einfach ein cooles jahr mit coolen sachen coolen events und projekten ich bin gespannt auf die cons dieses jahr ich bin auf jeden fall auf der dokomi was ich ja letztes jahr wegen meinem krankenhausaufenthalt nicht geschafft habe aber ich habe schon die bestätigung der dokomi werden nur noch mein restliches geld zusammen kratzen und mich dann von tutensuppen ernähren und dann ist das halt schon geritzt mit der dokomi und ansonsten bin ich glaube ich noch mal auf kleineren cons auf der comicjade in aachen bin ich leider nicht weil ich an dem wochenende leider was anderes vorhab was mich ein bisschen traurig macht weil ich bin so selten in aachen und das ist mal ganz cool da sind so viele nette leute die meistens nicht nach dortmund oder düsseldorf oder sonst wo hinkommen sondern nur in aachen abcruisen aber geht halt leider nicht anders dann würde ich sagen war es das von mir ich freue mich dass ihr bis hierhin geguckt habt und sagt doch gern mal wie euch diese lady gefällt oder der style und was ihr so im neuen jahr angefangen habt oder gemacht habt zeichner ich und ansonsten würde ich sagen habt eine gute woche macht das beste draus und tschüssi so so die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018